Freitagshandel und auch heute wieder hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und auch heute eine kurzfristige Trading Chance. Wir sind bei Gold unterwegs und werden uns sogleich diesem Kurzfrist-Trade widmen, aber natürlich wie immer zuvor der Blick auf die rechtlichen Hinweise, die auch heute wieder gelten. Wir sehen hier den unterwöchig-saisonalen Chart von Gold, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und können sehen, dass der Freitag speziell am Nachmittag, also unserer Zeit Nachmittag, sehr stark dazu tendiert, nach oben zu gehen. Das ist natürlich eine kumulierte Betrachtung. Wir müssen das wieder und wieder anwenden. Wenn wir es einmal machen, wird es funktioniert oder auch nicht. Wir müssen es also dutzendfach, hundertfach machen, also über mehrere Jahre, immer wieder, jede Woche freitags auf der Long-Seite und dann lässt sich dieser Gewinnvorteil ausspielen. Zum Beispiel mit folgendem Produkt, mit einem Gold-Turbobull von der Hypovereinsbank. Die WKN lautet HC1RDM. Hebel liegt so ungefähr bei 7. Stop-Loss 21 Euro und Exit ist zeitbasiert heute zum Handelsende. Das war es für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading.